Super Truck Die sind eng hier, aber keine Sorge, hinter der nächsten Kurve wird sie breiter. Passt auf, Leute. Wow, schau, wie viele Steine hier auf der Straße liegen. Wie wollt ihr denn da drum rumfahren, Tom? Guck mal, da ist Penny. Du hast recht, Penny. Da war ein Erdrutsch und nun ist die Straße blockiert. Großartige Idee, Penny. Du rufst Supertruck. Supertruck. Du rufst Supertruck. Supertruck. Wow, Supertruck. Du bist der größte Bagger, den ich je gesehen habe. Auf geht's. Sei vorsichtig, Supertruck. Du passt ja kaum auf diese enge Straße. Nicht, dass du über den Rand fällst. Hört mal alle her. Supertruck ist da, um euch zu retten. Keine Sorge, ihr kleinen Autos. Wenn Supertruck erstmal die Steine beiseite geräumt hat, könnt ihr euren Helden sehen. Hey, ihr kleinen. Supertruck könnte eure Hilfe gebrauchen. Kann jeder von euch einen der kleineren Steine beiseite schieben? Na seht ihr, die Straße ist frei. Ihr habt toll gearbeitet. Und ihr wart wirklich eine große Hilfe. Okay, es ist an der Zeit, nach Hause zu fahren. Car City wartet. Ich hoffe, ihr hattet einen tollen Tag. Und vielen Dank, Tom, dass du die Kinder auf einen Schulausflug mitgenommen hast. Auch wenn er am Ende ein bisschen holprig war, hattet ihr bestimmt eine tolle Zeit. Danke, Supertruck. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Karl, der Transformer Truck Hallo, Ethan. Was ist los? Du siehst krank aus. Bist du in Ordnung? Du musst unbedingt eine Pause einlegen. Aber sie bauen doch gerade die neue Brücke. Sie brauchen deine Hilfe. Oh, schau nicht so betrübt, Ethan. Ist schon in Ordnung. Wir fragen Carl den Transformer Truck. Er kann dich für einen Tag ersetzen. Du machst Pause und ich hole ihn. Hey, Carl. Ethan ist krank heute. Und sie beginnen doch mit dem Bau der neuen Brücke. Und ohne ihn können sie nicht anfangen. Wir brauchen deine Hilfe. Hast du Zeit? Großartig. Dann wollen wir mal. Also, in welches Fahrzeug wirst du dich verwandeln? Na klar, ein Kipplaster. Zeit, sich zu transformieren, Carl. Perfekt. Du siehst fast so aus wie Ethan. Auf geht es zur Baustelle. Da gibt es eine Brücke zu bauen. Schau, Carl. Charlie, der Kran wartet schon. Also, diese Quader müssen auf die andere Seite bewegt werden, Carl. Das läuft ja super, Carl. Na, dann bring deine Ladung mal rüber. Oh, du weißt nicht genau, wo du sie abladen sollst, Carl? Keine Sorge. Ich zeig dir, wo. Auf geht's. Ja, gleich da vorne, die erste links. Siehst du da vorne? Dort muss deine Ladung abgeladen werden. Es sind nur noch ein paar übrig. Das läuft ja wie am Schnürchen. Dann rückwärts ran- und ausladen. Perfekt, Carl. Und wir sind fertig. Großartige Arbeit, Carl. Vielen Dank für deine Hilfe. Zeit, nach Hause zu fahren. Tschüss, Carl. Bis bald.